Einen wunderschönen guten Abend zu unserem Pelzer Stammtisch, heute wieder mit der Urschel und mit mir. Servus. Die Schalima ist immer noch Jet Set. Uh, Jet Set. Auf Geschäftsreise, deswegen, genau, müsst ihr vorlieb mit der Urschel und mit mir nehmen, aber das roggeme. Ja, und zwar, was für Thema haben wir mitgebracht? Ein ganz brandaktuelles Thema, und zwar sind die Jessie und ich gerade in einer 21-Tage-Evidence-Meditationsgruppe, geleitet von der Freelinde, und wir dachten, wir berichten einfach mal so über unsere Erfahrungen mit der Gruppe. Genau. Wie findest du die Gruppe, Jessie? Gut. Also, wie machst du die Übungen? Also, ich mach so überwiegend, also die Aufgaben mach ich morgens schon, und die Meditation mach ich eher gegen Abend, also eigentlich, wenn ich schlafen gehe, aber ich schlafe dann meistens ein, aber ist nicht schlimm, weil die Meditation nimmt ja auch unser Unterbewusstsein auch wahr, und deswegen ist es also nicht schlimm, wenn man dabei einschläft. Ja, also generell, was kann man sich darunter vorstellen? Ich konnte mir auch nichts darunter vorstellen, also die, erst mal dazu, wer ist überhaupt die Freelinde, und warum Freelinde, oder eigentlich heißt sie Yvonne. Also, die Yvonne heißt Yvonne Friedl, und Freelinde ist ihr Spitzname, weil von ihrer Freundin, die Sonja, wiederum, unsere Heilpraktikerin, die Mama hat irgendwie, glaube ich, die Freelinde getauft, und aus Freelinde wurde dann durch mich Friedlinde, weil ich Friedlinde verstanden habe, oder Friedl, oder ich weiß es gar nicht, egal, auf jeden Fall heißt sie Yvonne Friedl, und Yvonne ist unsere Reiki-Lehrerin, also die Jessie und ich haben unseren Reiki 1 bei ihr wiederholt, weil wir hatten ja beide schon Reiki 1 und Reiki 2 bei ihr gemacht, und ich mache gerade meinen Master bei ihr, habe auch mehrere Hypnosis-Sitzungen schon bei ihr gemacht, also wenn ihr Interesse habt, guckt mal in unserem Podcast-Folgen, da habe ich nämlich mit ihr einen Podcast zum Thema Reiki aufgenommen, und guckt auch bitte da drin, oder der Dommer kann es vielleicht nochmal in die Beschreibung schreiben, wenn ihr Interesse habt, bei ihr Reiki zu machen, oder Hypnose, oder sonst was, meldet euch gerne, sie lebt in Den Haag, im Moment ist sie gerade auf Yvonne und gibt gerade einen Yoga-Kurs, aber man kann fast alles bei ihr auch online machen, also die Reiki-Kurse sind tatsächlich vor Ort, aber da gibt es mehrere Termine in Holland und in Deutschland, aber sie macht auch Fernreiki-Behandlungen, wie gesagt, Hypnose und noch mehrere Sachen, das könnt ihr euch alles auf ihrer Seite angucken und geht gerne zu ihr, weil das ist wirklich wunderbar. Auf jeden Fall, wie kam es jetzt zu dieser 21-Tage-Fülle-Meditation, also Epidens ist Fülle, also wie kam es dazu, und zwar war das so, dass sie in unserer Reiki-Gruppe quasi geschrieben hat, wer hat Lust auf 21-Tage-Fülle-Meditation? Und jetzt wüsste ich mal gerne, Jessie, warum du eigentlich als erster Geschreiber hast, ich. Weil ich mich dafür bereit gefühlt habe, war das so was, ja, ich war neugierig, was da auf mich zukommt und weil ich mich dafür bereit gefühlt habe, ja, war das irgendwie bei mir gerade, ja, irgendwie hat sich gut angefühlt, gleich zur Antwort mit ja. Ja, die Jessie war sofort dabei, ich persönlich muss echt zugeben, ich war so, okay, 21 Tage, wie läuft das Ganze ab, also ist es jeden Tag, machen wir das in einer Gruppe, ich wusste gar nicht, macht man das vielleicht via Zoom zusammen oder so, oder wie läuft das ab, wann ist das zeitlich, wie viel Zeit braucht es, muss man es am Stück machen, also für mich, ich bin ja immer so ein geplanter Mensch, hatte da einige Fragen, aber die wurden mir beantwortet, also im Prinzip ist es so, es gibt einfach eine WhatsApp-Gruppe dazu und in diese WhatsApp-Gruppe werden täglich die Aufgaben, also es gibt zu jeder Meditation auch eine Aufgabe, das wird da täglich reingestellt, man erfüllt, also man macht die Aufgabe und man macht quasi dann die Meditation dazu und die einzige Kommunikation in der Gruppe, die stattfindet, ist quasi, dass die Aufgabenstellung reinkommt und jeder, wenn er seine Tagesaufgabe erfüllt hat, einen Haken reinschickt. Ja, ne, also das ist eigentlich so das Einzigste und ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass ich damit jetzt gestartet bin, weil ich finde, ich habe schon viele positive Dinge jetzt, oder positiv ist auch so eine Sache, aber ich finde schon, dass ich so Veränderungen merke auf jeden Fall. Das Ding ist, ich bin mir immer so ein bisschen unschlüssig, ist es jetzt, weil ich gerade meinen Reiki-Meister mache, das ist ja Thema Persönlichkeitsentwicklung, ist es das Jahr das Drachen, was super turbulent ist, Feuertrache, also da wird ja alles nochmal durchmischt und die Spreu trennt sich vom Weizen, oder ist es jetzt einfach, weil die Mondkonstellation dieses Jahr auch besonders ist, also die Freundin hat mir auch schon verschiedene Sachen dazu geschickt, ich kann es jetzt sagen, aber ich merke schon Veränderungen. Aber wie geht es dir, Jessie? Mir geht es gut dabei. Aber merkst du schon was, oder? Ja, also, soll ich das beschreiben? Ich kann mich manchmal nicht so gut ausdrücken. Also ich merke schon Veränderungen, auch positive Veränderungen und manchmal sind die Aufgaben so, finde ich, so der innere Schweinehund so ein bisschen zu überwinden und manche Aufgaben sind so detailliert und manche, es gibt also Aufgaben, wo man sich gerne so hinterher, vor was sich herschiebt und nicht gerne darauf eingeht, aber bis jetzt habe ich sie alle sehr gut gemeistert, also für mich persönlich. Ja. Also ich muss sagen, das Ganze ist auch kostenlos, also es geht jetzt wirklich halt, man macht halt die 21 Tage und das war für mich dann so direkt die Frage, weil es ist ja ein ungeschriebenes Gesetz des Universums, also jeder wird es ja irgendwo wissen, dass immer ein Geben ohne Nehmen stattfinden muss, dass was wirken kann. Und normalerweise muss man, also das muss kein Geld wert sein, was man zurückgibt, aber es kann auch nur ein Euro sein, aber es kann auch sein zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel, ich sage jetzt, okay, Jessie, was weiß ich, ich mache dir eine Reiki-Behandlung und dafür tust du mir die Haare glätten, zum Beispiel. Das geht auch, dass man Wert gegenüberstellt, aber es muss halt etwas zurückgeben. Also man muss immer, wie soll ich sagen, also auch beim Reiki geht es darum, dass es immer ein Geben oder Neben ein Fluss ist, weil nur dann kann die Energie wirken, das ist einfach das Gesetz des Universums. Deswegen war für mich so die erste Frage, was kostet das? Weil wenn kein Gegenwert stattfindet, dann kann das halt auch nicht wirken und letzten Endes tatsächlich, also es kostet nichts, aber mir war dann auch bewusst, warum. Weil an Tag sechs ist es so, dass man seine eigene Gruppe gründet und das ist die Form, in der man quasi zurückgibt, weil man gibt dann wiederum sein Wissen an andere quasi weiter. Genau, also ich habe jetzt diese Gruppe tatsächlich gegründet. Meine Gruppe, die ist schon, also jetzt auch schon an... Tag neun, meine Gruppe schon, ja. Aber das ist natürlich auch so eine Sache, so diese Überwindung, diese Gruppe zu gründen tatsächlich, das zu machen, ne? Also letzten Endes, das muss jeder für sich wissen, weil es ist halt ein Geben und ein Nehmen, aber ich habe jetzt halt auch viele in der Gruppe, die keine Gruppe gegründet haben, um ehrlich zu sein, weil sie es halt nicht wollten oder sagen, sie schaffen es halt zeitlich nicht oder keine Ahnung. Das muss dann jeder für sich wissen. Wichtig ist aber halt, dass man diese 21 Tage macht und es muss halt eigentlich immer so dieses Geben-Nehmen stattfinden, ne? Da muss man sich halt überlegen, wie kann man es dann ausgleichen halt einfach, ne? Aber ja. Es ist ganz nett, würde ich sagen. Also ja, das sind natürlich auch viele Fragen bei den Leuten, ne? Also genau das Gleiche wie bei mir auch. gewesen, aber im Endeffekt geht es gar nicht darum, wie viele Leute in der Gruppe sind. Also eine Person reicht auch schon, dass man einfach sein Wissen irgendwo, dass man es wieder weitergeben kann quasi, ja. Genau, und es geht um das Thema Fülle, gell, Uschel? Jawohl. Und wie die Jessie gesagt hat, manche Übungen sind wirklich auch so aus der Komfortzone raus, gell? Oh ja. Hast du der Mutter gefragt bei dir eine Frage, die man fragen sollte? Ne. Ne? Ne. Ich habe es gemacht. Ehrlich? Ja, ich war ja gerade mit ihr im Urlaub, ne? Ich wusste zwar nicht, warum ich sie das frage, aber ich habe gefragt. Das ist halt auch so interessant, irgendwie hat man so ein bisschen das Aufarbeiten auch, die Beziehung, was heißt, ich will jetzt sagen die Beziehung, sondern ob man Glaubenssätze oder Themen von der Mutter übernommen hat, quasi geht es darum, ne, also dass man das halt erkennt und das dann halt abstellt, wenn man Dinge übernommen hat, quasi. aber grundsätzlich geht es um das Thema Fülle in jeglicher Hinsicht, also die Beziehung zum Geld, wie steht man, wie ist die Beziehung zum Geld, ne? Fülle aber auch ein erfülltes Leben, dass man einfach lernt, dass Geld aber auch nicht alles ist, also es ist auch wichtig, dass in dem, was man tut, dass man erfüllt ist, also nicht, dass man einen Job macht, weil man Geld verdient, sondern dass man irgendwo seine Bestimmung findet, dass man das halt macht. Vielleicht um so Themen geht es, wie gesagt, zu erkennen, was für Themen hat man vielleicht übernommen von der Sippe auch, ne, also die Sippe heißt immer so von Vorfahren auch, ne, also Vorfahren oder Mutter und so weiter halt ahnen, ne, also es geht halt so um die Themen, um dadurch halt so, ja, mehr Fülle im Leben zu erlangen, oder? Ja. Die Meditationen sind auf Englisch und es wird auch immer vorher nochmal erklärt, also ich glaube, das ist ein Inder, oder? Was ist das? Keine Ahnung. Oder? Irgendwie, also es ist auf jeden Fall so auch irgendwie. Ja, wieso Indisch? Er erklärt schon auch immer nochmal die Tagesstellung, es gibt auch zu jedem Tag einen Leitsatz und ein Mantra, das Mantra ist Indisch, oder? Ist doch Indisch, oder? Ja, würde ich jetzt auch sagen, Indisch, ja. Ja, also so irgendwie mit Om und keine Ahnung immer was. Ähm, und es wird dann halt immer... Da habe ich noch gar keine Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, ja, das kennt Indisch da, ja. In der Wasser, Indisch. Ja, und in der Meditation wiederholt man quasi dieses Mantra im Kopf und man hat halt, wie gesagt, einen Leitsatz und immer so ein Thema für den Tag. Also mir geht es tatsächlich auch so, ich mache es nicht abends im Bett, also meistens am liebsten morgens in der Früh, aber natürlich geht es nicht immer, zum Teil habe ich es auch abends gemacht oder mittags. Aber ich muss sagen, dass ich halt auch immer so abdrifte, also irgendwie, ich meine, wir machen ja echt schon, wenn man mal zurückdenkt, wir haben Meditation das erste Mal mit 14 gemacht. Boah, ja. Also das sind jetzt, wie viele Jahre? Zehn. Sechst und... Ach, mit 14, ach so. 27 Jahre. Also 27 Jahre, wo wir das erste Mal Meditation gemacht haben und ich finde, mir fällt es schwer abzuschalten. Es ist mir schon öfter aufgefallen, ich mache ja auch jeden Morgen die Safers, da habe ich ja auch eine 5-Minuten-Meditation drin. Und entweder habe ich das Gefühl, ich schlafe ein, also ich bin nicht ganz eingeschlafen, weil sonst würde ich ja länger schlafen, aber irgendwann bist du das Gefühl, ich bin so weggedriftet, so richtig. Oder ich bin so, ich habe so Millionen Gedanken im Kopf, also es ist total unterschiedlich. Aber, ja, aber ich habe mit der Yvonne gesprochen, die hat gesagt, es ist egal, das Unterbewusstsein kriegt es trotzdem mit, weil zum Teil habe ich die Meditation dreimal angehört, um drin zu sein und jedes Mal wieder war ich weg. Also Katastrophe, aber, ja. Es gab schon. Ich habe die Safers ja eine Zeit lang mitgemacht in unserer Challenge und natürlich auch morgens vor der Arbeit und dann bei Meditation hatte ich immer Angst, da habe ich so auf die Worte drauf geachtet, damit ich schon nicht allschlafe, weil ich dann immer gedacht habe, ich verschlafe dann, also bevor ich auf die Arbeit gehe. Ja. Also ich habe dann eher so, ja, gewusst, wann sie aufhört und dann die letzten Sätze und dann, also habe ich mich eher darauf konzentriert, nicht so arg abzutrifft. Ja, tatsächlich. Aber ich habe mich danach immer wieder gut gefühlt, auf die Arbeit zu gehen. Ja, also ich mache das ja schon tatsächlich super lange. Jetzt fragen sich die Leute wahrscheinlich, was sind die Safers? Die Safers, die Safers, das ist quasi die erste, also mit dem Miracle Morning heißen die von Elrod, also quasi, ja, Miracle, der Wundermorgen und zwar die erste Stunde vor 8 Uhr eigentlich, aber bei mir ist es jetzt auch nicht immer. Ja, manchmal mache ich es um 5 Uhr morgens schon, manchmal ist es aber auch schon 9, es kommt immer darauf an, was jetzt bei mir in der Tagesplanung ansteht, ne. Das ist eigentlich egal, aber so die erste Stunde am Morgen soll man sich auf sich konzentrieren, um einfach für sich was getan zu haben und gestärkt den Tag zu gehen und seine Ziele zu erreichen. Und zwar bedeutet Safers, ob ich es jetzt nochmal zusammenkriege, also S steht für Silence, das ist die Meditation, A steht für Affirmation, also Affirmationen, manifestieren, wie das manche nennen wollen. Das V steht für Visualization, also Visualisieren, dann das E steht für Exercise, also Sportübungen, es können, also ich, ne, meine Sportübung ist mit dem Hund morgens rauszugehen, aber es kann auch 5 Minuten Yoga oder so sein, ne. Das R steht für Reading, das heißt, ich lese jeden Morgen mindestens ein bis zwei Seiten im Buch, manchmal auch mehr, je nachdem, wie ich Zeit habe und Lust habe. Und das zweite, S steht für Schreiben, auf jeden Fall, ne, also das heißt, man schreibt seine Dankbarkeitssätze quasi auf, ne, also führt ein Dankbarkeitstagebuch, Erfolgsjournal, schreibt eben auf, für welche Dinge man dankbar ist. Also diese zehn, also ihr merkt schon, diese zehn Dankbarkeitssätze wiederholen sich immer, ne, also die sind bei The Magic von The Secret angegeben, kann man vielleicht auch mal drüber sprechen. Das ist, äh, The Magic von The Secret ist ein 28-Tage-Dankbarkeitsbuch von der Autorin von The Secret, wer The Secret noch nicht gesehen hat oder gelesen hat, sollte das auf jeden Fall tun, das ist ein mega gutes Buch. Und Film. Und Film, genau, und, ähm, da geht's drum, jeden Tag zehn Dankbarkeitssätze aufzuschreiben, zum Beispiel Bodo Schäfer sagt fünf Dankbarkeitssätze pro Tag, also egal wo, ihr werdet immer diese Dankbarkeitssätze. Dankbarkeitssätze mit der Dankbarkeit in hier und jetzt fängt halt eher einfach alles an. Und, genau, das sind halt die Safers, das ist die erste Stunde am Morgen und ich mach das halt tatsächlich schon seit, ich glaub mittlerweile über zwei Jahren, ja, ne. Aber auch bevor ich die Safers kannte, hab ich persönlich morgens schon immer mein Mindset-Tagebuch geführt, ne, und hab einfach auf meine positive, soll ich sagen, also geguckt, dass ich positiv in den Tag starte. Ähm, genau, und dabei geht's jetzt eigentlich bei den Safers, ne, also wenn das interessant für euch ist, kann man dazu mit Sicherheit auch nochmal einen Podcast machen. Aber auf jeden Fall, ähm, bring ich jetzt diese Meditation am liebsten in die Safers mit ein, aber manchmal hat die Frülinde die Aufgabe noch nicht geschickt und ich bin mit den Safers schon durch, dann mach ich's halt wie du abends oder, ja, halt mittags oder so, ne. Aber ich hab mit den Safers, also wenn man dann mal so eine Challenge gemacht hat, dann hab ich, dadurch hab ich es geschafft, ein Buch komplett zu lesen. Obwohl es täglich nur, immerhin, zwei bis drei Seiten manchmal nur waren. Aber ich hab dann oft dann noch, äh, ich hatte oft dann noch Zeit für auf die Arbeit zu, also zu gehen und dann hab ich manchmal noch zwei, drei Seiten mehr gelesen. Ja. Also es ist halt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, erfolgreich sein oder man will erfolgreich sein oder man hat Ziele, die man erreichen will, Erfolg hat, hat immer nur was mit Geld und mit Position und so zu tun. Das kann ja auch wirklich Erfolg im Leben für sich glücklich sein, dankbar sein, ein erfülltes Leben führen, ne, so wie wir das jetzt machen, zu tun hat. Dann gibt's einfach diese Safers, also diese Punkte werdet ihr bei jedem erfolgreichen Mensch erleben, dass die in ihrer Biografie oder wenn die erzählen, was sind eure Erfolgsformeln, dann werdet ihr Punkte davon finden. Also jeder wirklich hat ein Vision Board, jeder visualisiert, jeder macht Affirmationen, heutzutage nennt man es Manifestiert. auch okay, jeder, ähm, findet irgendwo die Ruhe, ob er jetzt Yoga macht, Meditation, ne, oder Qigong, weiß der Geier, halt sowas in die Richtung. Sport, würde euch auch jeder sagen, dass es wichtig ist, Bewegung, Lesen, würde auch jeder sagen, dass es wichtig ist. Ich weiß, heutzutage lesen die Leute immer gern, die gucken lieber irgendwelche Videos oder hören sich Podcasts an, das ist ja auch wunderbar, ne, hört unseren Podcast auf jeden Fall. Ja. Aber nichtsdestotrotz, man muss lesen, also wirklich jeder erfolgreiche Mensch liest mehrere Bücher, also wahrscheinlich pro Woche lesen die sogar ein Buch. Ich meine, das muss es nicht sein, wenn man das nicht will, wenn man die Zeit nicht dafür hat, aber wie die Jessie sagt, das ist ja schon Erfolg an sich. Sie hat in der Challenge ein Buch gelesen, das hätte die sonst nie gelesen, also von daher schon mal mega, ja. Und Dankbarkeitspunkte aufschreiben würde euch auch jeder sagen. Also das ist, das ist einfach so. Deswegen, ja, soviel zu uns, safe was. Aber wir waren ja bei der 21-Tage-Fülle-Meditation. Abgetrifftet. Ja. Also, ja, wie, also ich kann das auch schwer beschreiben, was ich merke, aber ich merke, dass sich meine Wahrnehmung verändert. Also das merke ich, also dass sich meine Wahrnehmung in den 21 Tagen verändert hat. Ja, wie kann man das jetzt beschreiben oder in Worte fassen? Ich kann es eigentlich gar nicht so genau beschreiben und in Worte fassen, aber ich persönlich habe so das Gefühl, ich achte mehr auf mich, was mir mein Körper sagt, was mir mein Geist sagt, was mir meine Intuition sagt. Und merke dann auch, dass ich, also ich habe die Bestätigung anhand von Dingen, die passieren, dass meine Intuition richtig ist. Also ich glaube, so ungefähr könnte man es gut ausdrücken. Das merke ich auf jeden Fall. Und dass man sich, wie die Jessie gesagt hat, auch manchmal mit Dingen beschäftigt, die unangenehm sind, wo man sich vielleicht nicht unbedingt so beschäftigen will. Also ich glaube, heute war die Übung. War das mit dem Brief von gestern oder war das dem Brief von heute? Ja, also einmal genau, sollte man einen Brief an die Person schreiben, der man verzeihen will. Also wo man wütend ist und verzeihen möchte. Da gab es eine Übung, ja. Einfach, und warum macht man die Übung? Man macht die Übung einfach, um loszulassen. Weil im Endeffekt, der Ärger und Groll wird einem im Leben nicht weiterbringen. Und es bringt auch nichts für die, also wie soll ich das sagen? Also man richtet diesen Ärger immer nur gegen sich selbst. Das Ding ist halt, man kann jetzt halt mega sauer auf eine Person sein, kann der von mir aus die Pest an den Hals wünschen. Aber im Endeffekt wünscht ihr euch selber einfach nur die Pest an den Hals. Weil es ist einfach das Gesetz, dass man im Prinzip das sät, also man erntet das, was man sät. Und wenn ich jetzt mega den Groll auf die Chassis schiebe, ich bin jetzt mega sauer und ich wünsche ihr was, was, ich alles, ja. Letzten Endes wird es mich doppelt und dreifach so schlimm treffen. Und es ist einfach so. Deswegen sollte man diesen Groll ablegen. Und das Ding ist, es bringt halt nichts, wenn man, das ist auch Hell Elrod, und zwar finde ich sehr gut, die 5-Minuten-Regel. Das heißt, egal was in deinem Leben passiert, egal wie schlimm das ist, also wirklich egal. Also er beschreibt halt, er hatte einen Autounfall, war mit Anfang 20 quasi querschnittsgelähmt. Also die Leute haben zu ihm gesagt, er wird nicht mehr laufen können, er wird immer an Rollstuhl gefesselt sein. Er war so gerade auf so seiner Erfolgs-, also auf seiner ersten Erfolgshöhe war er, ne. Also hat richtig viel Geld verdient, mit Anfang 20 schon. Und hat diesen Unfall gehabt, man hat ihm gesagt, er wird nie wieder laufen können und keine Ahnung was. Letzten Endes, er kann heutzutage wieder laufen, also er läuft glaube ich sogar Marathon, wenn mich nicht alles täuscht. Also er hat sich selber wieder aus der Situation raus, also die Ärzte konnten es nicht glauben, aber er hat so einen Wille und so eine Kraft gehabt, dass er es einfach geschafft hat. Das hätte nie jemand gedacht. Und das Ding ist, er hat es halt geschafft, weil er sich gesagt hat, im Leben, egal wie schlimm die Situation ist, in der du bist, egal. Du hast 5 Minuten, um zu weinen, zu schreien, dich aufzuregen. Und danach ist die Situation fertig. Dann hakst du das ab, weil es bringt dich nicht weiter. Dieses Grübeln, dieses Zermadern, dieses Festhalten an der Situation bringt dich halt nicht weiter. Es blockiert dich einfach nur und du findest keine Lösung. Also lass die Wut raus, 5 Minuten lang, geh ins Kühlhaus und schrei. Das war immer sowas, was wir gemacht haben auf der Arbeit, wenn es mal wieder arg war. Aber dann ist die Situation vorbei. Dann redest du nur noch über Lösungen oder findest Lösungen, um Dinge zu klären. Das heißt natürlich nicht, dass man sich jetzt mies behandeln lässt und dann 5 Minuten sich darüber aufregt und dann lässt man sich das wieder gefallen. Nein, das heißt überhaupt nicht. Das heißt, ich weiß auch nicht, ich habe jetzt irgendwie nicht so ein richtiges Beispiel. Also das heißt jetzt zum Beispiel nicht, dass ich mich jetzt von meinem Partner, sage ich mal, permanent verprügeln lasse und mich dann immer 5 Minuten aufrege und heule und dann dulde ich das wieder. Sondern das heißt, ich reg mich, also man ist ja dann schnell in dieser Opferrolle, dass man halt sagt, warum passiert mir das, das gibt es doch nicht, wieso niemand anders und sowas. Aber man hat 5 Minuten sich darüber aufzuregen und dann ist die Situation beendet. Heißt, entweder ihr findet mit eurem Partner eine Lösung, dass das halt nicht mehr passiert oder ihr trennt euch zum Beispiel. Das wäre auch eine Lösung. Aber man hat 5 Minuten aufregen und dann geht es weiter. Ja, genau. Und mit dem Brief, den wir da geschrieben haben, ging es halt auch darum, so lange, also Groll, den man schon lange in sich trägt, einfach loszulassen, der Person zu vergeben und zu sagen, es ist okay, weil dieser Groll und dieser Hass und dieses Festhalten richtet man nur gegen sich. Man schadet sich im Prinzip nur selbst damit. Deswegen dieser Brief. Ja. Hast du den Brief geschrieben? Ja. Ja. Und heute war die Übung, dass man, glaube ich, sich selber vergibt, war die Übung. Genau. Also quasi, man hasst sich ja oftmals selbst für Dinge. Keine Ahnung, weil man sein Studium abgebrochen hat, weil man die Diät abgebrochen hat, weil man, keine Ahnung, einen Arsch nicht hochkriegt. Oder, keine Ahnung, also für alles Mögliche. So eine Komfortzone rausgeht. Ja, man macht sich ja selbst so verantwortlich für Dinge. Und bei der Übung ging es halt darum, diese Dinge zu benennen und dann sich selber zu vergeben. Also zu schreiben, ich Name, vergebe mir dafür und ändere jetzt das quasi. Also es war auch eine gute Übung, fand ich, gell? Ja, also... Der Briefschreibe ist schon schwer gefallen. Ja. Ich habe sowas schon öfter gemacht, deswegen ist es mir nicht so schwer gefallen, aber ja. Oh. So easy ist es auch nicht. Ja. Das stimmt schon. Ja, also dementsprechend... Also ich finde es schon gut, gell? Ja. So, was das so alles... Also keine Ahnung, wir sind jetzt in der letzten Woche, ne? Also drei Wochen geht es ja. Also ich bin echt mal gespannt, aber wie gesagt, ich finde halt, die Wahrnehmung verändert sich. Man konzentriert sich so wenigstens... Es sind wirklich nur 15 Minuten, ne? Also ich sage mal so, okay, der Briefschreiben war jetzt vielleicht schwieriger. Brauchst du vielleicht dann eine halbe Stunde, wenn du dir schwer tust, sage ich mal, ne? Aber in der Regel brauchst du vielleicht 5 Minuten für die Aufgabe und dann, sagen wir mal, 15 Minuten ist das Längste, was die Meditation dauert. Also eigentlich eher immer so 10, 12 Minuten. Ja, also ich würde schon sagen, so halbe Stunde, weil manche Aufgaben, wie du schon gerade erwähnt hast, mit dem Briefschreiben, aber manche Aufgaben muss ich auch ein bisschen nochmal in dich gehen, also so halbe Stunde. Ja. Länger würde ich jetzt, also mit, wie du gerade schon erwähnt hast, mit Aufgabe erwähnen und Meditation, ja. Ja. Halbe Stunde. Und, aber ich finde es wirklich sehr gut. Es hilft, wieder sich selber so zu, wie soll ich sagen, zu, ja, auch so in die Ruhe zu kommen. Also einfach mal wirklich 15 Minuten am Tag sich Zeit für sich selber zu nehmen. Ich meine, es ist halt schwierig. Die meisten Leute machen das halt nicht. Manche machen es nur in eine Richtung, ne? Also die einen sagen ja, ich brauche Sport, Sport brauche ich zum Abschalten und keine Ahnung, was ja auch wichtig und richtig ist. Aber, ja, also man, man, jede Investition in einen selbst bringt einen halt weiter. Und ich finde, dass die meisten Leute das vergessen, in sich selber zu investieren. Also man erwartet so, dass man, dass der Körper 24 Stunden perfekt rund läuft, ne? Also unsere Füße müssen uns tragen, unsere Hände müssen funktionieren, unsere Ohren, unsere Augen, alles an unserem Körper muss funktionieren. Wir müssen einfach unsere Arbeit machen, wir müssen Haushalt machen, wir wollen Urlaub machen, wir wollen Party machen, wir wollen dies, wir wollen das. Aber letzten Endes ist der Körper immer das Letzte, wo die Leute wirklich bereit, also ich meine, nicht alle, ne? Ich meine, es gibt auch das Extrem, die halt so super fitnessmäßig unterwegs sind auch, ne? Aber so in sich selber und vor allem in seinen Geist investiert man immer so wenig. Da heißt es halt immer, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, irgendwelche Ausreden. Aber letzten Endes ist der Schlüssel zum Erfolg, zu jedem Erfolg, egal ob das ist, dass man jetzt Sport machen will oder sportlicher sein will, abnehmen will, keine Ahnung, irgendeine Position im Job erreichen will, egal was, das fängt halt einfach im Kopf an und auch mit dem Kopf und der Kopf ist das Hauptinstrument, mit dem man arbeiten muss. Also warum man einen Marathon nicht schafft, ist nicht der Grund, dass man, klar, natürlich, also ich bin sportlich unfit, also das wäre für mich schon schwierig, aber der Hauptgrund ist der Kopf. Wenn du im Kopf dir das schon schwierig denkst, dann macht man es halt nicht. Ja, vor allem finde ich, man sollte halt auch einfach, also klar, sich vorbereiten im Marathon, aber man sollte es halt auch einfach Ich meine, man kann sich auch stolz auf sich sein, wenn man das dann durchgezogen hat, obwohl man es halt letzter oder fünf oder sechs Stunden gemacht hat, aber egal, Hauptsache man hat es probiert und ist ans Ziel gekommen. Ja, und meistens geht es ja auch nie ums Ziel, der Weg ist ja immer das Ziel. Das ist ja, also wenn ihr euch, also ich finde es so unheimlich wichtig, ein Vision Board zu machen, ja, also ja, Vision Board klingt immer so neideitsch, also was heißt neideitsch, so dengelisch und engelisch und ach, ja, aber so eine Zielcollage, wenn man das auf Deutsch machen würde, es geht ja nicht darum, dass ich da drauf schreibe, dieses Jahr nehme ich 20 Kilo ab, ne, aber es geht um den Weg dahin, vielleicht nimmt man dieses Jahr auch gar nichts ab, aber man isst vielleicht gesünder, man hat vielleicht geschafft zu sagen, ey, es gibt jetzt keine Pommes, Pizza und Cola mehr, sondern es gibt jetzt, keine Ahnung, Tee, Tee, Avocado und Porridge zum Beispiel, ne, oder vielleicht schafft man halt nicht die 20 Kilo, vielleicht schafft man sogar 30, wer weiß, ja, oder vielleicht schafft man 10, egal, aber man schafft halt mehr, wie wenn man sich kein Ziel setzt und wenn man halt nichts ändert, ne, und so ist es halt mit allem im Leben, wir brauchen ein Ziel, um, weil, wie sagt man dann halt, gibt es noch ein Sprichwort, für ein Schiff ohne Hafen ist jeder Hafen der Richtige oder so ähnlich oder für ein Schiff ohne, naja, also irgendwie geht der Spruch auf jeden Fall, aber man braucht oftmals, geht es ja auch gar nicht darum, das Ziel zu erreichen, sondern es geht um diesen Weg, weil auf dem Weg lernt man so unheimlich viel und die Veränderung passiert ja auf dem Weg und nicht am Ziel. Wenn du am Ziel angekommen bist, dann musst du ja sowieso das nächste Ziel setzen, um dich wieder weiterzuentwickeln, aber der Weg ist ja das Steinige und der Weg ist ja das, ist ja der, aus dem man lernt halt. Also darum geht es ja bei sowas. Deswegen ist halt so wichtig, sich Ziele zu setzen, auch wenn es manchmal dauert, bis man die erreicht. Das ist einfach so. Ja, manche Ziele dauern ein, zwei Jahre, aber egal. Vielleicht erreicht man manche auch nie, aber man hat was gelernt dabei, wo man den Weg gegangen ist. Also das ist halt, ja, und so eine 21-Tage-Fülle-Meditation, also so war so eine Challenge, sage ich mal, das kann schon auch wieder anregen, zum Denken, sich wieder weiterentwickeln. Es geht ja immer darum, sich weiterzuentwickeln und wie gesagt, die meisten machen den Fehler, die sagen immer, sie haben zu allem kein, man hat für alles Zeit, aber für das nicht, das ist genau wie, ja, man investiert so viel Geld in Zeug, also keine Ahnung, jeder, der ein Auto fährt, der weiß, er muss einmal im Jahr die Steuer bezahlen, der weiß, er hat einmal im Jahr oder keine Ahnung, jeden Monat, je nachdem, wie man es bezahlt, die Versicherung zu zahlen, man weiß, man hat, man muss zur Inspektion, man muss zum Öl wechseln, man braucht Winterreifen, Sommerreifen, das weiß man alles und das sind alles teure, teuer, kostetige Dinge, ne, also, keine Ahnung, was jetzt ein Satz Reifen für euer Auto kostet, aber manchmal kann das ja schon im vierstelligen Bereich sein, ne, je nachdem, was für Auto man hat und das sind alles so Dinge, die nehmen wir hin und wir wissen, wir müssen die bezahlen, wir machen das, aber wenn es so um uns selber geht, um unseren Körper, ne, dann sind die 50 Euro Fitnessstudio im Monat zu viel, dann ist, keine Ahnung, die 145 Euro Darmreinigung alle halb Jahr für den Körper zu viel, dann sind die Omega-3-Kapseln, die B12-Kapseln und das Aloe Vera-Gel, ja, zu viel einfach, dann ist, sage ich mal, die Investitionen, keine Ahnung, in, von mir aus, ein Coaching, nenne ich es jetzt mal, in ein Coaching von, ich sage jetzt mal einfach random 300 Euro zu viel, ja, da ist vielleicht, keine Ahnung, das Ticket für eine Veranstaltung für zur Persönlichkeitsentwicklung von 60 Euro zu viel, da ist, ähm, noch nicht mal der Geldwert, da ist auch die Zeit zu viel, also man hat diese Zeit nicht, also diese 15 Minuten am Tag hat man da nicht, um das zu machen, aber man hat eine Stunde, drei am Tag Zeit, Fernsehen zu gucken, zum Beispiel, ne, oder halt auf dem Handy zu scrollen und das ist halt so traurig und es ist halt so schade und man hat oftmals, wie sagt man immer, benutzt die Dinge als Gründe, warum und nicht dagegen, also zum Beispiel oftmals gibt es ja viele, die Kinder haben, die dann sagen, ach, ich habe gerade Zeit, die Kinder und die Arbeit, dies und das, aber das Ding ist halt, deine Kinder danken es dir vielleicht auch, wenn du dir am Tag diese Zeit für dich nimmst, die 15 Minuten, weil du dann einfach ausgeglichener bist, also ne, ja, also wie gesagt, das muss jeder für sich wissen, aber ich finde so die Investition in sich selber und vor allem halt auch in den Geist ist so das Wichtigste, weil in deinem Kopf ist der Ursprung von allem, in deinem Kopf entstehen Ängste, in deinem Kopf entsteht Erfolg, in deinem Kopf entsteht Durchsatz, in deinem Kopf entsteht Wille und das ist einfach so das A und O und diese 21 Tage, die wir machen können, da einfach helfen und vielleicht auch Dinge aufdecken, mit denen wir nochmal Probleme haben, oder? Ja, aber ich werde nach den 21 Tagen schon vermissen, ja, gell, da ist so deine Routine dann drin irgendwie, man hat da nichts mehr zu tun, man kann bestimmt von vorne nochmal machen, ja, also es ist so, ja, man gewöhnt sich schnell dran oder halt die Savers machen, für sich halt einfach, ne, also ich finde halt auch das Gute, gut, manche sind dann so, die brauchen so den Gruppenzwang, aber ich finde das Gute, dass es jeder halt für sich machen kann, auch, ne, am Tag, wann er es für ihn passt, ob es jetzt nachts um drei ist oder ob es jetzt, sag ich mal, morgens um sechs ist, das kann halt jeder für sich entscheiden, das ist halt auch gut, man geht halt für sich in die Stille und tut halt für sich was, ne, ja, und wenn dann halt wieder Themen aufkommen, kann man ja auch an denen arbeiten, ne, dann kann man immer noch sagen, hier, ich habe erkannt, ich habe hier ein Problem, ich mache jetzt mal hier eine Hypnose dazu, ich mache jetzt mal hier, ne, keine Ahnung, Reiki-Behandlung, ich mache, ich suche mir, keine Ahnung, einen Therapeut, der mich zu dem Thema, ne, therapiert, ne, also, ja, da kann man wieder weitergehen einfach, ne, ja, auf jeden Fall, so ist das mit der 21-Tage-Evident-Meditation, ja, ja, also, ich will jetzt auch den Bogen nicht überspannen, müssen sie ja nicht unnötig in die Länge ziehen, willst du noch was dazu ergänzen, noch was sagen, ne, nochmal so ein Werbeslogan, ein Werbeslogan für die 21-Tage, ja, yeah, auf jeden Fall werde ich das auf jeden Fall vermissen, und ich bin auf jeden Fall, mal gucken, vielleicht mache ich sie gerade nochmal, ja, also, falls jemand irgendwie Fragen hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns einen Daumen da, da freuen wir uns, und vor allem, abonniert den Kanal, das ist das Allerallerwichtigste, und, ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt gerne, und wenn ihr die Adresse von der Yvonne wollt, mal gucken, ob der Thomas sie reinkriegt, wenn nicht, dann guckt ihr unter dem Reiki-Podcast, da steht auf jeden Fall ihre Website und die Adresse, und da würde ich sagen, haben wir schon wieder zu wenig Pelzisch gebabbelt, aber wir sehen und hören uns nächste Woche, Servus, Alla, Tschüss, Tschüss, Tschüss,